Kai-Uwe Ziegler für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Pflegeunterstützung- und Entlastungsgesetz. An alle Arbeitnehmer da draußen, wir machen es kurz, da steht zwar Entlastung, aber sie werden natürlich nicht entlastet, sondern zahlen laut Entwurf ab 1. Juli einen um 10 Prozent erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung. Aus 3,05 Prozent werden dann 3,4 Prozent. Dass eine Erhöhung von Lohnnebenkosten die Inflation ankurbelt, sollte sich eigentlich auch im Gesundheitsministerium rumgesprochen haben, scheint aber kein akutes Problem in Deutschland zu sein. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Gernot Kiefer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes. Mit dem vorliegen Pflegegesetz greift die Bundesregierung einige Reformbedarfe der Pflegeversicherung bestenfalls ansatzweise auf, springt aber deutlich zu kurz und verfehlt die selbst gesetzten Ziele aus dem Koalitionsvertrag. Über 5 Milliarden Euro an coronabedingten Mehrausgaben hat sich der Staat von der Pflegeversicherung und damit von Beitragszahlern finanzieren lassen. Hinzu kommen jährliche Ausgaben von knapp 4 Milliarden Euro für die versicherungsfremden Leistungen. Da hätten wir doch schon mal rund 9 Milliarden Euro zusammen, und es müsste diese von der Regierung geplante Beitragserhöhung der Pflegeversicherung nicht geben. Das ist eine Variante, wie man den Beitragszahler entlasten könnte. Ich hätte da noch eine andere. In den letzten drei Jahren der Corona-Hysterie wurden alleine im Haushalt des Gesundheitsministeriums 110 Milliarden Euro mehr ausgegeben als üblich. Die Union wird sich erinnern, Milliarden für Maskendeals. Heute leisten diese exquisiten Gesichtsschmücker, deren medizinischer Nutzen nahe Null war, bei ihrer thermischen Verwertung einen Beitrag zur grünen Wärmewende. Testcenter für Bürgerschnelltests, eine Lizenz zum Geldrücken für die Betreiber und eine Einladung für Betrüger, sich nahezu risikolos Steuergeld zu ergaunern. Milliarden schwere Ausgleichszahlungen für die Unterauslastung der Krankenhäuser, die in dieser Zeit jährlich 2,5 Millionen weniger Patienten in den Kliniken zu versorgen hatten als vor Corona. Und nicht zu vergessen Pfizer und die Helden von der Goldgruppe 12 in Mainz, die richtig abgesahnt haben und weitere Milliarden absahnen werden, weil die gute Frau von der Leyen in Brüssel und unser Herr Lauterbach scheinbar in ihren Bestellwaren bis 2030 die Nadeln blühen lassen wollten. Wie Sie also sehen können, hatte die jetzt geplante Beitragserhöhung der Pflegeversicherung auch locker aus dem aufgeblähten Haushalt des Gesundheitsministeriums finanziert werden können. Und das rein rechnerisch für 15 Jahre. Meine Damen und Herren, Corona-Gewinne privatisieren, Verluste der Pflegeversicherung sozialisieren, das ist mit der Alternative für Deutschland nicht zu machen. Für die FDP-Fraktion hat nun Lars Lindemann das Wort.